Willkommen auf dem Hofgut Baden. Hier erwartet Sie ein modern ausgestatteter Hof, den es zu bewirtschaften gilt. Neben den zahlreichen Feldern, von kleinen, mittel bis groß angelegt sind, gibt es auch einige Grünflächen. In der Nähe des Hofes befindet sich eine Schweinemastanlage, die Schaf- und Kuhweide befinden sich ebenso am Hof. Um die Produkte, die produziert werden, gewinnbringend verkaufen zu können, gibt es ausreichend Möglichkeiten. Sie finden eine Mühle, einen Getreidehandel, einen Getreidespeicher, eine Zuckerfabrik, einen Güterbahnhof sowie einen Schlachthof vor. Natürlich gibt es auch das Sägewerk, das die Stämme aus der Fortwirtschaft abnimmt, sowie der Wollhandel und ein Gartencenter. Bei letzteren können Setzlinge für die Wiederaufforstung eingekauft werden. So nun wünsche ich euch viel Spaß auf dem Hofgut Baden mit freundlichem Gruß Baden-Bauer. Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.